Usain Bolt hat ein erfolgreicher Startelfdebüt gefeiert. Der schnellste Mann der Welt erzielte bei seinem ersten Spiel für den australischen Klub Central Coast Mariners gegen MacArthur Southwest United zwei Tore. Sein erstes Tor in dem Freundschaftsspiel schoss er in der 57. Minute. Nur zwölf Minuten später kam das zweite. Der Jamaicaner ist bekannt für schnelle Erfolge. Bei den Olympischen Spielen gewann er acht Goldmedaillen und stellte zahlreiche Weltrekorde auf, die noch heute Bestand haben. Nach seinem letzten Rennen bei der WM in London im vergangenen Jahr entschied sich der 32-Jährige dazu, Fußballspieler zu werden.